Wir sprechen, wie schon gesagt, heute über Datentracking und irgendwie kennt es ja jeder. Jeder hat davon auch schon mal gehört. Es ist allgegenwärtig und man weiß auch, dass es vielleicht inzwischen auch Handys gibt und Browser gibt, die einen vom Datentracking schützen. Aber ich denke, wenige wissen eigentlich, was hinter dieser Technik steckt oder was beim Datentracking eigentlich passiert. Klar ist auf jeden Fall, jeden Datentracking bedeutet, dass eine Webseite, das dahinterstehende Unternehmen oder der ganze unternehmerische Marketingkomplex, dass die das, was ich im Netz mache, das aufzeichnen und verfolgen und etwas über mich und meine Person herausfinden wollen. Und das ist natürlich nicht besonders angenehm. Man unterscheidet zwischen dem Third- und First-Party-Tracking. Und der Unterschied ist, dass beim First-Party-Tracking, das arbeitet nur mit dem Server, also nur mit der Webseite, die ich aufgerufen habe. Und bei dem Third-Party-Tracking sind noch weitere Webseiten mit involviert, also sogenannte Drittanbieter, die im Hintergrund operieren. Und das sind dann häufig reine Datenkragen, die Daten sammeln, Marketing- und Analyse-Tools. Genau, also das First-Party-Tracking, das ist ganz einfach. Ich rufe eine Webseite oder eine Ressource ab, schicke eine Anfrage an einen Server und von dem Server bekomme ich dann auch etwas zurück. Und das, was ich zurückbekomme, das kann auch ein Cookie sein. Das wird in meinem Browser abgelegt und dient an dieser Seite, wenn ich nochmal da draufkomme, zur späteren Wiedererkennung. Beim Third-Party-Tracking ist dann, wie gesagt, ein Drittanbieter noch involviert. Also ich besuche jetzt die Webseite A und diese Webseite A legt wiederum, wie beim First-Party-Tracking, auch ein Cookie ab. Aber das ist jetzt kein Cookie von der Webseite selbst, sondern eben von diesem Drittanbieter. Und damit kann der Drittanbieter Informationen über den Browser und das Gerät sammeln und speichern das in seiner Datenbank. Und wenn ich dann eine andere Webseite besuche, die auch mit diesem Drittanbieter kooperiert, dann können die Informationen synchronisiert werden. Und dann weiß diese Third-Party, weiß dann, er hat die Webseite A dann und dann besucht und sich das und das angeguckt. Weiß aber auch, er hat sich irgendwann die Webseite B auch noch angeguckt und das und das gesucht. Und wenn man das dann alles zusammenzieht, dann ergibt das natürlich irgendwann ein ziemlich großes Profil über das, was man so im Netz tut, für was man sich interessiert, was man sucht, wie lange man liest und alles Mögliche. Das geht aber nicht nur mit Cookies. Und Cookies sind eigentlich eine ziemlich veraltete Tracking-Technologie. Da muss man sich nur mal die Seiten angucken von diesen Analyse- und Marketingfirmen. Die bieten nämlich schon neue Alternativen, weil die natürlich schon längst erkannt haben, dass diese Third-Party-Cookies, die werden inzwischen von den meisten Browsern geblockt. Also ich glaube, Firefox macht das schon von Haus aus und ich glaube, Google Chrome wird ab nächstem Jahr, also ab 2023, auch keine Third-Party-Cookies mehr zulassen. Dementsprechend hat sich dieses First-Party-Cookies-Geschäft weiterentwickelt. Da gibt es auch neue Ansätze, da möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Das würde vielleicht etwas weit führen. Es gibt aber neben dem Ablegen von Cookies auch noch andere Möglichkeiten zu tracken. Und zwar gibt es sogenannte Tracking-Pixel. Das sind winzige Bildchen, die sind halt häufig nur ein Pixel groß. Und wenn ich diese Pixel abrufe, von der Seite des Drittanbieters, auf diese Weise werden dann Informationen über mein Gerät auch an den Drittanbieter übermittelt. Und das möchte ich jetzt mal kurz an einem Beispiel zeigen. Und zwar habe ich mir mal als Beispiel spiegel.de rausgegriffen. Das kann man auch mit jeder anderen Tageszeitung oder mit jedem anderen Magazin machen. Also es ist erstaunlich, wie viele Tracker da im Einsatz sind. Und das kennt auch jeder, wenn er die Seite aufruft. Da wird man ja gefragt, nur technisch notwendige Cookies zulassen oder alle Cookies zulassen. Wenn ich die nur technischen zulasse, naja, dann habe ich immerhin schon mal ein paar rausgefiltert. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht und lasse alle Cookies und alles Mögliche zu. Und schaue mir jetzt mal über ein Werkzeug. Das ist die sogenannte Entwicklerkonsole. Ich hoffe, man sieht das hier einigermaßen gut. Ich mache nochmal die Bildschirmlupe an. Also ich habe dann hier die Cookies. Die kann ich mir angucken. Die spiegel.de ablegt. Und dann sehe ich halt auch schon, das kommt ja nicht von spiegel.de. Also das ist von Twitter, Criteo, DoubleClick. Also das sind hier diese ganzen Trendanbieter, die Cookies ablegen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, über das Netzwerkprotokoll mir anzugucken, was eigentlich alles so im Hintergrund passiert. Und da sehe ich, es wird eine ganze Menge abgerufen. Das sieht man hier an diesem Diagramm. Und hier steht immer Data Image. Mal die Lupe an. Lauter kleine Bildchen. Hier auch. Und dann kann ich eben auch gucken, was mit den kleinen Bildchen so mitgeschickt wird. An Informationen. Ja, das sind hier zum Beispiel sogenannte E-Tags oder sowas. Das sind eindeutige Bezeichner, die dann von diesen Drittanbietern geteilt werden und miteinander synchronisiert werden. Und zum Beispiel über dieses E-Tag bin ich jetzt eindeutig zu identifizieren. Und wenn ich das nächste Mal von einem Drittanbieter eine Ressource abrufe, dann wird das genau über diesen Identifier auch passieren. Und das geht, wie gesagt, nicht nur über Cookies. Das geht auch über alle anderen Ressourcen. Also das können diese kleinen Tracking-Pixel sein. Das können aber auch Schriftarten sein. Das war ja, glaube ich, auch neulich in der Diskussion. Da gab es so einen Abmahn-Skandal. Also die Seiten, die Google Fonts eingebunden haben, die wurden abgemahnt. Und ja klar, natürlich, wenn ich mir von Google Fonts was runterlade, dann übermittelt mein Browser ja auch Informationen über mein System, über meine Einstellung und sowas. Und darüber kann ich identifiziert werden. Und diese Technologie, die nennt sich Fingerprinting. Und da möchte ich jetzt mal ein Beispiel zeigen. Ein Tool. Das heißt Am I Unique. Und da kann ich den Fingerprint, also klar, den Fingerabdruck meines Browsers mir angucken und sehen, was übermittelt eigentlich mein Browser an einer externen Seite, wenn ich etwas abrufe. Das kann so ein Ein-Pixel-Bild sein, das kann eine Schriftart sein oder was auch immer. Und hier bei Am I Unique ist durch diese Prozentzahlen wiedergegeben, wie individuell eigentlich diese Einstellungen sind. Also man sieht zum Beispiel hier dieser User-Agent, also die Version von meinem Browser, die ist schon ziemlich individuell, warum auch immer. Genau. Eine ganz einfache Methode ist, das ist hier, glaube ich, jetzt nicht zu sehen, nicht aufgelistet, aber man kann zum Beispiel auch abfragen, welche Schriftarten hat er installiert auf seinem Rechner. Und das ist natürlich schon von Rechner zu Rechner sehr unterschiedlich und damit kann ich auch identifiziert werden. Eine andere Technik ist so ein Canvas-Fingerprint. Das funktioniert so, also der Browser wird aufgefordert, unsichtbar im Hintergrund ein Bild zu zeichnen, also zum Beispiel hier mit diesen Emojis und Schriftarten. Und je nach Grafikkarte und je nach Hardware sieht das von Rechner zu Rechner unterschiedlich aus. Und diese Bilder sind auch Fingerabdrücke. Ich habe mal hier zwei Beispiele. Also es gibt auch eine Browser-Erweiterung, wo man dann diese Fingerprint, diese Canvas-Fingerprints auch wieder sichtbar machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel links einer von der Wiley Online Library. Da habe ich jetzt mal ein Beispiel aus der Welt der Bibliotheken und der Wissenschaften rausgegriffen. Also die Wiley Online Library, die zeichnet dann diesen Fingerabdruck im Hintergrund. Und dieses Bild wird bei euch auf dem Rechner ein ganz kleines bisschen anders sehen als bei mir und schon ist man eindeutig identifizierbar. PayPal macht das auch und viele andere auch. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, wie sowas funktioniert. So und jetzt die Frage, wie kann ich mich denn gegen sowas schützen? Am einfachsten, das habe ich ja eben schon erwähnt, erst mal natürlich nur die technisch notwendigen Cookies akzeptieren. Und dann bietet jeder Browser Datenschutzeinstellungen. Und ich möchte das jetzt mal kurz vorführen. Also ich habe mir hier diesen Google Chrome installiert. Der ist ja sehr weit verbreitet. Deswegen möchte ich das jetzt auch erst mal mit dem demonstrieren. Das geht hier über Einstellungen. Und dann gibt es hier Datenschutz und Sicherheit. Und dann gibt es da den sogenannten Datenschutzleitfaden. So und da klickt man sich dann durch. Suchanfragen unter Surfen verbessern. Das sollte man ausschalten, wenn das nämlich aktiviert ist. Da steht da schon, man erhält bessere Vorschläge und da wird dann irgendetwas proaktiv geladen. Aber natürlich wird das, was man besucht, das wird an Google gesendet, um Prognosen zu erstellen. Also das Ausspalten und auch dieses Safe Browsing, was erst mal gut ist, gut klingt. Das sollte auch deaktiviert sein. Denn auch da wird im Hintergrund eine Analyse betrieben. Da reicht der Standardschutz vollständig aus. Und dann sollte man hier bei den Einstellungen für Cookies von Drittanbietern alle Drittanbieter-Cookies blockieren. Das ist eigentlich das Wesentliche. Beim Firefox, das zeige ich auch mal kurz, ist das ähnlich. Das versteckt sich natürlich in einem anderen Menü. Das ist dann hier unter Einstellungen und da gibt es Datenschutz und Sicherheit. Da kann man wählen zwischen Standard, Streng und Benutzerdefiniert. Also bei Benutzerdefiniert kann ich einzelne Sachen aktivieren. Also Cookies deaktivieren zum Beispiel. Oder auch hier diese Fingerprinter, die Identifizierer, die kann ich auch blocken. Oder ich gehe direkt auf Streng. Dann wird das meiste blockiert. Aber hier weisen Sie auch schon darauf hin, das kann dazu führen, dass einige Websites nicht korrekt funktionieren. Aber gut, kann man ja dann immer noch mal rückgängig machen, wenn eine Webseite nicht richtig funktioniert. Dann gibt es noch Browser-Erweiterungen, die einem dabei helfen. Da möchte ich jetzt mal eine erwähnen. Das ist uBlock Origin. Die habe ich jetzt hier in diesem Chrome auch schon installiert. Das ist schnell gemacht. Das sind ein paar Klicks und diese Erweiterung, die blockiert die meisten bekannten Tracker im Hintergrund. Das können wir uns auch gerade noch mal kurz angucken. Ich muss die noch mal aktivieren. Dann gehe ich auf spiegel.de. Ich akzeptiere jetzt mal hier alles. Nur zur Demonstration, sonst würde ich das natürlich nicht machen. Dann gehe ich auf dieses Puzzleteil und bei uBlock Origin kann ich mir auch das Protokoll der Netzwerkanfragen angucken. Ich muss das gerade noch mal neu laden. Also alles, was hier rot ist, das wird geblockt. Und da sieht man ja schon, es ist unglaublich, was da eigentlich alles abgefragt wird. Also allein wie viele einzelne Anfragen da stattfinden. Und das geht dann Amazon und Yield Lab und was weiß ich, nicht alles. Und da kann uBlock Origin einem auf jeden Fall schon mal einiges vom Leib halten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, so datenschutzoptimierte Browser zu nutzen. Also es gibt hier diesen Brave Browser. Den kann man unter brave.com runterladen. Das ist auch ein Chromium-basierter Browser. Und der hat sehr viele Technologien schon drin, die zum Beispiel das Fingerprinting unterbinden. Und er hat eigentlich einen sehr schlauen Ansatz, der randomisiert diese Informationen, die vom Browser übermittelt werden. Also er gibt sich ständig als irgendetwas anderes aus. Also der gaukelt irgendwelche Informationen vor und auf diese Weise funktioniert das Fingerprinting nicht mehr. Wer lieber einen Firefox-basierten Browser nutzen möchte, der kann sich mal diesen LibreWolf angucken. Also das ist auch auf Firefox-Basis ein Browser, der im Hinblick auf Datenschutz optimiert ist. Genau. Ja, soweit erstmal meine schnelle Tour hier. und dann würde ich die Runde für Fragen eröffnen, falls es welche gibt. Und da sehe ich auch schon die erste Frage. Wenn ich regelmäßig die Cookies lösche, hilft das? Ja, das hilft auf jeden Fall. also dann ist die Info erstmal weg. Diese ganzen Identifikatoren, die bei mir abgelegt werden sind, die sind erstmal gelöscht. Aber wie gesagt, es gibt noch andere Technologien, womit man identifiziert werden kann und das ist dieses Fingerprinting vor allem, was sich nicht so einfach unterbinden lässt. Die Erweiterung teilweise mit einem Datenschutz optimierten Browser eigentlich am ehesten. Und wie gesagt, Cookies sind nur eine Technik und es ist erstaunlich, wie auf dem Gebiet gearbeitet wird, auch an allen gesetzlichen Regularien vorbei, wie zum Beispiel DSGVO oder sowas. Man muss nun mal einen Ausflug in diese Marketingwelt unternehmen und da sieht man, was da alles so los ist. Es gibt Seiten, die ein DSGVO konformes First Party Tracking bewerben. Die sagen, unsere Technik, die arbeitet nicht mehr mit diesen Third Party Cookies. Also wenn ein Browser das unterbindet, ist das egal. und es ist sogar noch DSGVO konform. Also euch kann da eigentlich gar nichts passieren. Aber es passiert immer noch das Gleiche. Also man nutzt einfach andere technische Möglichkeiten und klar, die Gesetzgebung ist natürlich nicht so schnell wie die technische Entwicklung dort. Ja, das ist eine super Frage. Also ich habe mich da auch schon mal mit meinem iPhone auseinandergesetzt und muss sagen, also bei Apple-Geräten, auch bei dem Safari-Browser von Apple, die machen schon relativ viel in dem Bereich, auch Tracking-Schutz, das ist sehr gut. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, ich bin jetzt leider auch kein Handy-Experte, ich weiß nicht, ob es das bei Android geht, aber man sollte, also bei Apple gibt es immer diese Option, dieses Tracking zu unterbinden, wenn man eine neue App installiert hat, wenn die App das das erste Mal machen will und das sollte man auch machen. Und ich habe es mal Spaßeshalber, habe ich mal mein Handy an so ein Netzwerk-Analyse-Gerät angeschlossen und dann konnte ich halt gucken, was alles gerade übers Handy kommuniziert wurde und ich hatte dann mal die Kicker-App, so eine Fußball-App geöffnet und auch das ist wie bei spiegel.de, also da sind hunderte Anfragen, die die ganze Zeit da laufen an irgendwelche Drittanbieter und beim Handy kommt ja da noch erschwerend hinzu, da sind ja noch ganz andere Sensoren drin, also wenn man mal seinen Standort zum Beispiel freigibt, ich denke, das machen die wenigsten inzwischen noch, aber auch ganz andere Dinge, in welchem WLAN befinde ich mich, wann gehe ich schlafen oder was auch immer, also das ist natürlich potenziell schon mehr rauszuholen aus so einem Handy. Genau, und dann noch die Frage zu Opera, ja, Opera ist auf jeden Fall besser als Chrome, ja, also ich hatte da einen Vergleich-Test mal gelesen und Opera bringt da schon mehr Schutz mit als Chrome, ja, Chrome ist ja von Google und ja, die haben natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese persönlichen Daten abfließen, das ist klar, da sollte man sich auch nichts vormachen, auch wenn jetzt das Third-Party-Tracking oder die Third-Party-Cookies vom Chrome unterbunden werden, das ist natürlich ein großes Geschäft, auch für Google, für Amazon ja sowieso und für Adobe und ja, eben für diese Big Player in diesem Bereich. Es ist, ja, also das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, also in dieser Datenschutz-Grundverordnung, da ist das schon untersagt, klar, sobald es um persönliche Daten geht, es gibt aber immer wieder so diese Ausnahme, wenn das funktional erforderlich ist und als öffentliche Einrichtung könnte ich das natürlich schon auch machen, ja, also wenn das irgendwie funktional erforderlich sein sollte, ein Gerät zu tracken und zu sehen, dass es immer noch das gleiche Gerät ist, das darauf zugreift, was weiß ich, es ist vielleicht irgendwo ein Lesezeichen gesetzt und das soll nicht verloren gehen, ja, also das ist schon möglich und dann gibt es, ja, sag ich mal, auch andere Möglichkeiten, jetzt die DSGVO auch zu umgehen, indem ich andere Technologien nutze, aber ja, unabhängig davon, ob öffentliche Einrichtung oder Unternehmen, also das ist für beide das gleiche Gesetz, aber klar, eine öffentliche Einrichtung hat dann vielleicht auch eine andere Verantwortung und nehmen das Ganze natürlich auch ernster. Genau. Ja, Vielen Dank.